Das, was versprochen worden ist, will er nur die Novemberhilfen benennen. Ein Großteil ist nicht ausgezahlt, man muss sich nur die Summen anschauen, da kann man auf die Seite des Wirtschaftsministeriums gehen. Novemberhilfen nur ein Bruchteil, Dezemberhilfen ähnlich. Manche haben noch gar nichts gesehen. Ich sehe ein großes Problem, insbesondere für Eltern, die Kinder haben, die in die Kita oder die Schule gehen müssen und gleichzeitig arbeiten müssen. Das ist nicht zu bewältigen. Es gibt eine Vielzahl von Problemen. Es ist häufig angekündigt worden seitens der Regierung, dass diese Probleme angegangen werden. Aber da gibt es eben wirklich ein Versagen. Viele Menschen in Deutschland sind sehr diszipliniert. Aber leider ist es so, dass die Bundesregierung aktuell dieses Niveau nicht hat.